Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Vergrößert Lindsay Lohan, 36, zeitnah ihre Familie? Die Schauspielerin könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein, sie hat ihre wilden Zeiten hinter sich gelassen und dieses Jahr ihren Partner Bader Shamus geheiratet. Der machte ihr sogar ganz romantisch einen Antrag am Set von ihrem neuen Film Falling for Christmas. Könnte bald also schon der nächste Schritt anstehen? Nun verriet Lindsay's, ob sie bald Nachwuchs mit Bader plant. Ich möchte ein paar lustige Dinge tun, und dann möchte ich ein paar ernstere Dinge tun und ich möchte Kinder haben, antwortete die Schauspielerin auf die Frage nach ihren Zukunftsplänen nach ihrer langen Abwesenheit in der Filmindustrie. Lindsay's Familienplanung deckt sich mit. Die Schauspielerin